Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder beim Let's Play zu Spore. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier und hatten uns hier fast die vorletzte Beförderung geholt. Dazu müssten wir einfach nochmal ein bisschen rumfliegen. Und ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit einen Plan überlegt. Und ich möchte gerne diesen Mond hier auf T3 bringen, Leute. Weil mir ist aufgefallen, dass wir kein braunes Gewürz kriegen. Und das ist doch mal sehr blöd, muss ich sagen. Deshalb, ja, so wir haben sogar, ne, keine mittlere Pflanze, ne. Ist egal, Leute, hole ich mir eben ganz kurz. Und ja, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Spore hier. So geht das jetzt mittlerweile? Ne, die Maus ist immer noch komisch, okay. Egal, Leute. Wir brauchen mittlere Pflanzen. Zack. Und die da? Das ist auch eine mittlere. So, dann haben wir nämlich fast zwei Reihen komplett. Nehmen wir diese Tierchen hier mit. So, dann haben wir hier, äh, Pflanzenfresser, Allesfresser. So, wir haben zwei Allesfresser. Wir brauchen noch... Da eine Kuh ist kaputt. Warum ist eine Kuh kaputt? Wir brauchen noch einen, äh, Pflanzenfresser, Leute. Wo sind hier denn noch ein paar Tierchen auf diesem Planeten, hä? Den haben wir ja in der letzten Aufnahmesession noch schön terraformt hier. Aber wo sind denn hier jetzt noch ein paar... Wo sind denn hier jetzt noch ein paar Tierchen, hä? Hä? Ich sehe hier leider nichts, sich bewegen oder so, ne. War das gerade ein bisschen... Ich will auch irgendwie nicht da jetzt... Ach komm, wisst ihr was? Dann gucke ich mal auf die Karte. So. Ah, hier. Schaut mal hier. Ich würde sagen, dann nehme ich mir noch sowas hier mit. Sehr schön, Leute. Allesfresser. Wir haben drei Allesfresser. Schon mal sehr gut. Alles klar, Leute. Ich glaube, dann... Können wir mal loslegen mit dem Mond. Genau, Leute. Und dann sind wir eigentlich auch schon fast hier der nächsten Plakette näher. Äh, ja. Ja, Leute. Ich gehe mal... Wir haben ja in der letzten Folge auch hier das violette Gewürz bekommen. Und... Ja, hier haben wir gelbes Gewürz. Das brauche ich eigentlich... Ja, doch. Ist okay. Gelbes Gewürz. Und ja, lange geht's bohren nicht mehr, Leute. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also... Ja, die... Das war ja so, ne. Genau. Lange geht's bohren nicht mehr, muss ich sagen, Leute. Es geht nur noch jetzt um diese beiden Beförderungen. Und dann wär's das gewesen. Ja. Aber ich find's sehr geil, wirklich. Ich find's vorher wirklich super geil. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. So, wir haben zwei Planeten mit gelbem Gewürz. Schau dich das an, ey. So, Moment. Haben wir denn... Oh, Moment. Nein, nein, nein. Ich muss noch das blaue Gewürz abholen, Leute. Ach ja, hier ist schon wieder so warm drin. Ich könnte... Ich könnte echt vor Schweiß hier ausbrechen, wirklich. Aber ja, Leute. So, holen wir noch mal kurz blaues Gewürz. Und gucken mal, ob wir da irgendwas verkaufen können hier. So. Äh. 48.700. Auf jeden Fall die hier weg. So, hi. So, dann 10.000 dafür. Ist auch super gut. So. Leute. 5,4 Millisport-Dollar. Ja, dann können wir eigentlich schon den Planeten hier kaufen, ne? Also so ist es ja nicht. Ja gut, dann machen wir das mal. Hallo, Lilloreich. Können wir den Planeten kaufen? Ja, den nehmen an. Sehr schön, Leute. Wir haben einen Leiter an Planeten gekauft. Glückwunsch. Du hast mit diplomatischen Mitteln ein starkes Handelsbildnis geschlossen. und kannst nun mit Verhandlungsgeschickt das System kaufen. Ökonom 2 Plakette. Und unsere nächste Beförderung ist da. Sehr schön. Ha. Sehr geil. Noch zwei Stück. Glückwunsch. Du wurdest befördert und trägst in den Titel Allmächtiger. Sehr geil. Okay. Hi. Kann man euch hier irgendwas verkaufen? 11.000. Oh ja, sehr gerne. Uff. Hä? Wo habe ich denn die 50 rotes Gewürz her? Hä? Naja gut, egal. Äh. Ja. Leute. Ich würde mal sagen, wir haben gerade keinen Handelsroten mehr offen. Allerdings brauche ich noch jemanden, der mir pinkes Gewürz abkauft. Pinkes Gewürz abkauft, Leute. Hier. Hallo. Heimatplanet. Du vielleicht. Nein. Aber hier 337. Das ist super. Aber so, ich brauche mal wieder ein bisschen mehr Geld. Und ja, ich brauche jemanden, der mir pinkes Gewürz abkauft. Vielleicht ihr. Also, weil wir brauchen nach wie vor Geld. Um jetzt mal diesen Mond dazu. Hi. Joa, 24. 20. Das ist doch super, Leute. So. 627.000. Karabat Reich. Das ist deine gescheiterten Missionen. Okay. Nur, weil ich euch nicht bei eurem Krieg helfe. Nein, 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 nein. Äh. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir probieren es einfach mal. Ähm. Gucken mal, was wir hier auf diesem Mond... ...wat wir da brauchen... ...um den vernünftig hier zu terraformen. Wir brauchen mehr Atmosphäre. Haben wir sogar. Sehr gut. Ja, dann. Äh. Flieg mal da hin, bitte. Ah, ich liebe ja diese Musik hier, ne. So, hier ist eine Kuppel. Der Planet ist sehr dunkel, Leute. Aber jetzt haben wir einen Atmosphäre-Generator da hinten hingestellt. Dö, 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 dö. Genau, Leute. Wir haben gleich T1, oder? Boah, diese Vulkane hier müssen dringend weg. Und kommt der Punkt noch da... Bäh. Kommt der Punkt noch da rein, oder braucht der jetzt zu lange? Der Punkt ist da drin, Leute. Sehr, 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 sehr gut. Und hier kommt Wasser und der Himmel erblaut sich. Das ist saugut. Okay, Leute. Äh. Mittlere Pflanze. Kleine Pflanze. Große Pflanze. Zack. So, stabilisieren. Nee, das Ganze. Und jetzt ein paar Tierchen. Pflanzenfresser. Huh. Was machst du denn da draußen? Geh mal wieder da rein, Mensch. Was machst du denn da draußen? Na ja, gut. So, der Pfeil bewegt sich weiter. Sehr gut. Die Kuh ist noch am Leben. Sehr gut. 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 Dann brauchen wir jetzt noch einen Pflanzenfresser hier. Direkt tot. Ernsthaft? Ja, super. Egal. Und ein Allesfresser. Sau gut. Zoologe 2 Plakette. Bio-Protektor. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Oh, das ist klar. Dann kann ich ja von euch, glaube ich... Aber Moment, erst mal Gebäude auswählen, ne? Klar. Gut. Dann wähle das aus. Gut. Dann werde ich hier auch direkt wählen. So, Spaßfabrik. Genau. Aber ich will einfach wieder meine eigenen, äh, ja, Gebäude hier. So, Leute. Ah, kann ich sogar schon aufbauen. Ja, dann, äh, mach das mal. Wir haben nämlich tatsächlich einen Engpass an braunem Gewürz, Leute. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen, ein bisschen witzig, aber es ist so. Wir brauchen braunes Gewürz. Ah, nein, nicht da. Das ist... So, genau, Leute. So. Sehr, sehr gut. Zack. So, wir brauchen einen Wolkenanhäufer, ne? Jo, ist ja gut. So. 8300. Was kostet bei euch der Wolkenanhäufer? 450, ja, komm. Ich glaube, mit diesem Tool... ... kann man jetzt tatsächlich, ohne ein Gerät zu kaufen hier... Schaut mal, Leute. Wir können den T-Score erhöhen. Schaut mal. Wie geil. Das ist so geil, Leute. Wir können ohne ein Gerät den T-Score erhöhen. Das ist so, so geil. Schaut mal, der Pfeil geht jetzt automatisch in die Mitte. Wir müssen nichts mehr von den Sachen hier kaufen. Zack. Terraformer 3-Plakette. Kühlschrankstrahl. Oh, geil. Hitzestrahl. Jetzt kriegen wir die ganzen guten Sachen, Leute. 6-Plak... Oh, haha. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut. Dann müssen wir jetzt die zweite Reihe stabilisieren. Kleine Pflanze. Mittlere Pflanze. So. Dann brauche ich noch Tierchen, ne? So. Einmal alles. Alles Fresser. Ja, oder? Ja, ich habe nur alles Fresser. Das ist das Problem. Gut. Dann setzen alles Fresser hin. Dann brauche ich das noch hier. Ui. Super. Die machen sich gegenseitig kaputt. Die führen wieder Krieg. Hahaha. Naja, gut. Brauche ich halt ein paar Tierchen hier. So schnell geht das auf T2, Leute. Mit den Buttons nämlich. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, wirklich ohne teure Anlagen zu kaufen, äh, ja. Planeten zu terraformen. Hallo, Quabertreich. Ihr habt ja gar nichts für mich. Was soll das denn? Was ist das denn? Antimaterie-Bombe. Kann ganze Städte zerstören. Nicht schlecht. Brauche ich erstmal nicht. Ich brauche erstmal ein paar Tierchen von euch hier. So. Ich brauche einfach eigentlich nur zwei Pflanzenfresser, ne? Wo sind sie denn hier? Hallo, liebes Quabertreich. Ich brauche mal ganz kurz eure Tierchen. Wenn es genehm ist. Ach Mensch, das ist doch schwer zu finden hier. So, weitere Pflanzenfresser, bitte. Ah, hier. Stopp. Da sind sie. Hallo, Tierchen. Oh, die sind ja geil aus. Schau mal. Stockhut. Ach, wie süß. Was ist das da für einer? Das sind alles Fresser. Der kann wieder weg. Xavier Onassis. Okay. Okay, gut. Und dann. Ja. Zack. Tex. Sehr, sehr cool. So, Pflanzenfresser. Ich brauche noch weitere Pflanzenfresser. Ich brauche noch zwei Stück. Und dann nehme ich am besten noch eine Reihe hiervon mit. So, Leute. Genau. Wolle ich am besten noch, äh, ja. Zwei Tierchen. Zwei Pflanzenfresser. Aua. Aber das war ganz gut da, äh. Aber wie soll ich die denn jetzt da rauskriegen? So. Alles klar. Das war alles, was ich brauche. Gut. Noch einen Pflanzenfresser, Leute. Herzog. Cooler Name. Ja, Leute. Wir haben erheblichen Fortschritt jetzt gerade. Sehr, sehr cool schon. Und, äh. Ja, irgendwie. Ah, stopp. Da hinten. Da, zack. So. Alles klar. Ein Necki haben wir. Sehr, sehr schön. Necki. Geil. Alles klar. Cool. Dann würde ich mal sagen, äh. Brauchen wir jetzt keine Tools mehr. Na, ja. Das Flixelreiche, ne? Ihr seid so kompliziert, Leute. Wirklich. Alles klar. So, wir haben hier braunes Gewürz. Oh. Schon mal gut. Das kann man nämlich auch manchmal ganz gut verkaufen. Habe ich das. Habe ich das Gefühl. So, dann setzt mal direkt hier die Pflanzenfresser ab. Zack. Und den hier auch noch. Warum sterben die direkt? Hier, das da. Das stirbt. Oh, schaut mal. Wie süß. Naja gut. Das stirbt nicht direkt. Habe ich noch Kolonien? Ich habe keine Kolonien. Äh, verdammt. Ich brauche noch zwei Kolonien. Alles klar. Dann gehe ich mal kurz zu unseren Nachbarn. Äh, mal gucken, ob die auch hier günstige Sachen haben zum, äh, ja, zum Einfrieren oder zum Erhitzen, Leute. So, weil dann ist Terraformen wirklich easy. Hallo. Habt ihr hier was, äh, Interessantes für mich? Tatsächlich. 75.000 nur für Koloniepakete. Und vor allem, die haben Kühlschrankstrahl. Sehr gut. Nur den Hitzestrahl haben sie nicht, oder? Nur den Hitzestrahl haben sie nicht. Wo ist denn der Hitzestrahl? Mensch. Kühlschrankstrahl, Wolkensauger. Kann ich auch mal gebrauchen. Ja, wir rüsten unser Schiff auf, Leute. Und, äh, ja, den Rest den brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Was wollte ich denn? Achso, ja, genau. Ich wollte gucken. Also, wir haben Kühlschrankstrahl. Ich brauche nur noch einen Hitzestrahl, Leute. Habt ihr den für mich, liebes, äh, Hullreich? Genau, Hullreich. Hallo. Jo, ne? Hi. Ne, habt ihr leider nicht für mich. Okay, Leute. Oh, Mann. Irgendwie hat das keiner. Das ist... Da muss ich das halt von unseren überteuerten Heimatplaneten kaufen. Es sei denn, ihr seid meine letzte Hoffnung hier, Leute. Bitte kauft mir das ab. Also, bitte verkauft mir das, Mensch. Ich brauche diesen Hitzestrahl. Die haben den auch nicht, ne? Das ist, das ist verrückt. Die haben den Hitzestrahl auch nicht. Ja gut, dann muss ich den halt von meinem überteuerten Heimatplaneten kaufen. Ich meine, wir haben's, ja. Ne? Also... Ah, die verkaufen 37.000. Ja, dann machen wir das doch zum Nulltarif hier. Hitzestrahl. So. Leute. Wir haben's. Aufladen noch einmal und lebe wohl, Leute. So. So. Ah, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal nochmal um diesen Planeten hier. Bringen den mal auf T3 und klatschen dann die Kolonien da drauf. Genau, Leute. Wie ihr seht, der Planet, der war ja vorher ein Mond. Na, und jetzt ist es eine Oase schon fast geworden. Hier, schaut euch das an. Oh, ich liebe diesen Sound. Und? Und? Zack. Sehr schön. Dann geht's mal weiter mit unseren Tools hier. So, wir haben... Wolkenanhäufer. So, mach das mal. Einfach mal ein paar Wolken produzieren. Das geht zwar auf die Energie, aber das ist super. Schaut euch das an. Wir können uns so viel Kosten damit sparen. Das ist unglaublich. So, der Punkt bewegt sich in der Mitte. Dann brauchen wir Hitzestrahl. Wir brauchen ein bisschen mehr Temperatur. Hier, Leute. Einfach immer schön auf den Punkt achten. Und? So reicht es, glaube ich. Oh, der Himmel ist blau, Leute. Der Himmel ist blau. Sehr, sehr gut. Die Tiere wandern. Oh, sehr, 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 sehr gut. Kleine Pflanze, mittlere Pflanze, große Pflanze. Und hier, genau. Pflanzenfresser. So. Ein, nochmal einen Pflanzenfresser. Genau. Und hier oben noch. Ja, ihr guckt hier, ne? Oh, sehr, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil, Leute. Und wir haben noch einen Allesfresser. Zack. Sehr schön. Der Planet ist kolonisiert. Ah, Moment. Der Punkt, der ist ein bisschen zu schnell. Wartet. Äh, nochmal ein bisschen hier. Ein bisschen Wolken wegnehmen. So, Leute. Ein bisschen Wolken wegnehmen, tatsächlich. So. Und dann, genau. Den Punkt schön in die Mitte bewegen lassen. Oh, sehr, sehr gut. Wir haben es gleich. Wir haben sogar noch ein Gewürzlager. Das heißt, ja. Können wir hier drauf platzieren. Leute, saugut. So, hier, zack. Kolonie. Zack. Los geht's. Sehr, sehr geil, Leute. Wir haben wirklich großen Fortschritt. Großen Fortschritt. Und zack. Sehr gut. Und das Gewürzlager. Pack ich mal da hinten hin, hier. Hier. Zack. Einfach hier unten in diese Grube rein. Zack, 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 zack. Und. Den, 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 den. Genau. Genau, Leute. So. Ah, gut. dann würde ich sagen, Leute bauen wir mal die Städte auf alles klar sehr, sehr cool und ja, Leute, wie geht's euch so? ich hoffe, es geht euch gut mir geht's nach wie vor sehr gut wie immer eigentlich und ja, ich hoffe, dass euch das wie immer nach wie vor hier gefällt ne, und ja, wie gesagt, viel ist es jetzt wirklich nicht mehr also wir haben fast alles erreicht wir müssen eigentlich früher oder später nur noch in die, in das Zentrum der Galaxis, Leute wir müssen noch in das Zentrum der Galaxis wir müssen noch die restlichen Plaketten sammeln und dann haben wir's dann haben wir's tatsächlich, Leute aber das wird nochmal das wird nochmal interessant also bleibt ruhig dran bei diesem Projekt das lohnt sich alles klar, Leute so, erstmal die Türmchen da kriegen wir vielleicht auch nochmal ne Plakette, weil wir jetzt gerade so viele Gebäude bauen hier die Mucke ist geil so, Leute ah, mein linkes Auge ist gerade so ein bisschen das trennt so ein bisschen keine Ahnung warum aber gut, Leute so, Fabriken wir brauchen mehr braunes Gewürz so, ich hätte nie gedacht dass ich das mal sage aber wir haben wirklich ein braunes Gewürz in den Pass so, dann hier und dann hier nochmal und dann hier nochmal ja, ich weiß ihr seid unzufrieden damit, ne aber ist okay, glaube ich genau, Leute so, und die dritte Stadt die war ja schon so halb, ne genau die dritte Stadt war schon so halb aufgebaut, alles klar, Leute so und so oh, da ist sogar noch was ja gut, dann mach hier noch ah, nee, Leute ein Haus mach hier noch ein Haus hin äh, jo oh, hier ist noch ein Platz was ist denn hier okay ah, verdammt ja gut dann kommt, dann machen wir es so 120 die Stunde dann passt das auch und dann haben wir noch einen Planeten vollständig ausgebaut, Leute sehr, sehr schön alles klar ja, ich nehme jetzt nach wie vor hier an einem Donnerstagabend auf und wir haben tatsächlich die Kolonist 5 Plagette oh, Planetenklatscher wir können ihn kaufen oh mein Gott hier ist jetzt wirklich nicht mehr viel, Leute es ist nicht mehr viel ah, wo hä? ich hab doch hier wo ist mein Gewürzlager, Leute? ich hab's doch hier hingestellt hä? super, mein Gewürzlager ist weg ja, dann verkauf mir halt nochmal eins verdammt so verkauf mir ein Gewürzlager verdammte Hacke warum? so jetzt aber ich hab doch hier gesagt lelele genau bleibt das jetzt bitte da? das wäre nett hä? äh das Spiel will mich jetzt ein bisschen verkackeiern kann das sein? ich hab doch hier jetzt schon zweimal ein Gewürzlager aufgestellt was soll denn das? ach, verdammt nochmal warum geht das denn nicht? ja, lach uns wieder aus hier ich hab nur ich bin pleite Gewürzlager verdammt nochmal so haben wir es jetzt so, bleibst du bitte da? verdammt wenn nicht, dann lass ich jetzt die verkackeiern mich die verkackeiern mich die lassen mich kein Gewürzlager aufbauen was soll das? ach egal dann sind es halt nur 15 ist auch okay komm hab ich jetzt halt ein bisschen Geld verschwendet aber ist es egal wir werden so schnell wieder an Geld kommen das ist unglaublich weil schaut mal hier wir haben eine richtige Gewürzpalette Leute so wir haben noch wir haben noch 6 Minuten ähm in der Zeit werde ich noch ein bisschen Gewürzhandel höh 40 blaues wo kommt das denn her? okay interessant Leute 40 blaues Gewürz einfach so krass hätte ich krass das war mal eine Überraschung ach Leute lasst euch doch einfach mal gegenseitig in Ruhe ist das möglich ja auch hier ne gelbes Gewürz dazu bekommen einfach so ja gut äh so dann holen wir noch mal ein bisschen Raunes so Leute dann noch mal kurz beim Heimatplaneten vorbeischauen die haben auch noch mal braunes so gut wo gehen wir als nächstes hin da gibt es noch gelbes wie ihr seht unsere Gewürzpalette ist vollständig Leute alles klar dann äh wo war ich jetzt ach da vorne genau da vorne nochmal hier zum grünen Gewürz so 30 sehr sehr gut Leute wir kriegen wir können gleich wieder richtig viel Kohle machen damit so dann noch einmal kurz hier hin zum gelben so ja wir haben richtig viel Gewürz so kann man das hier verkaufen ich denke mal schon oder Moment hallo so oh 40.000 fürs Grüne saugut so das Grüne sind wir schon mal los und ihr ne das gibt es ja wohl nicht Leute ihr führt immer eure Kriege hier das kann doch wohl nicht wahr sein ich halte mich da raus verdammt nochmal so Leute was kann ich hier verkaufen ah ne Moment nein 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 ich gehe bei den Aliens verkaufen weil da ist die Wahrscheinlichkeit höher dass dass man das besser verkaufen kann so Leute hi so was haben wir denn hier 48.700 genau so habe ich mir das vorgestellt Mini Autoblaster dann kann ich mir nämlich auch auf unserem Heimatplaneten die teuren Sachen leisten weil die sind schwer zu finden teilweise die Sachen 12 ne 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 da kriegen wir mehr für da kriegen wir mehr für gut hier könnte man das braune und das gelbe wird es loswerden hi Mardereich 21 ja komm machen wir weg komm Punkt ist okay ja das Mardereich das expandiert auch schaut mal Zeit 3 3 4 5 6 7 8 9 Planeten mittlerweile krass das ist schon krass ja so hi 11 11.000 nein ich will das blaue Gewürz möglichst für 20 oder 30.000 verkaufen deshalb jo so hi 4.000 das gibt's ja wohl nicht die werden ja immer immer geiziger hier so hier vielleicht ich hab 70 von den Dingern also bitte 2 Minuten noch hi du hast aber nix Gutes hier die haben alle nur den Mini Autoblaster naja gut Leute ich probier's weiter ich gebe nicht auf einfach überall hinfliegen so 11 nein Leute nein 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 einfach weiterfahren so was haben wir hier Lilloreich ach die mit den lustigen Lippen hier genau so 3.8 ja kommt 3.8 ist in Ordnung für das Braune und ansonsten nö war's das ach nur noch das gelbe und das blaue Gewürz loswerden wo gibt's denn mal kein gelbes Gewürz es gibt so viele Planeten mit gelbem Gewürz das ist unglaublich ah die haben pinkes ok vielleicht krieg ich Star weg vielleicht krieg ich Star weg hi 10.000 ach Leute ihr seid so getrüger wirklich eine Minute noch ich will die Gewürze loswerden hi so und ja 3 6 ja komm dann dann verkaufe ich euch das hier so und die 70 blauen ja die will anscheinend keiner ne ich gehe noch mal ganz kurz hier unten hin oh des quabert reiches naturkatastrophe ja ok dann machen wir das dann machen wir das noch eben schnell bevor die Folge zu Ende ist so die infizierten locky kreaturen alles klar Leute pinkes Gewürz sogar ja der hat es auch terraformt hier äh laser zack zack machen wir nochmal kurz schnell hier die kreaturen weg zack wenn ich hier nur als zielmarkierte tiere so meine Uhr klingelt so äh so das war's mit der Uhr so wir haben auch das hier verhindert sehr schön so 11.000 ja komm dann machen wir das mal weg hier so zum Schluss der Folge sozusagen sagen und ja dann haben wir es wir haben es wir haben wieder 4,6 Millionen Spordoller äh ich würde sagen beim nächsten Mal werden wir weiter Sternensysteme bereisen und mal gucken dass wir noch ein paar Plaketten kriegen hier und ja wenn euch das gefallen hat lasst mir doch gerne ein Like oder ein Abo da würde mich sehr freuen und ja dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag tschüss tschüss